Wie macht ihr es euren Pferden im Stall gemütlich? Streut ihr ein oder habt ihr Matten? Wir haben bei uns im Stall eine dicke Matte mit Leinenstroh. Leinenstroh, klar, weil wir Allergiker dabei haben und dieses Jahr komplett staubfrei ist. Und jetzt hat sich uns mal die Frage gestellt, warum könnte man das Einstreu nicht auch gegen Matten ersetzen? Hat natürlich viele Vorteile, die Matte, hauptsächlich beim Abäppeln. Das heißt eigentlich nicht mehr abäppeln, sondern nur abkehren. Und das würde natürlich die Arbeit enorm erleichtern. Wichtig bei den Matten ist, dass sie dick genug ist. Und das hat eigentlich auch nur den Grund, dass sie dadurch schwer genug wird. Weil, klar, wenn sich die Pferde drauf bewegen, sollten sie ja nicht verrutschen. Und das kann man wirklich nur gewährleisten, indem sie halt schwer genug ist. Jetzt gibt es auf dem Markt wirklich etliche Varianten. Natürlich auch wieder spezielle Pferdematten oder auch für den Bau irgendwelche Matten. Und es ist natürlich ein riesen preislicher Unterschied. Und ich finde, man blickt auch kaum durch, was da oder dort die Vorteile sind. Also ich habe mich jetzt hier für uns entschieden, für eine Bautenschutzmatte. Also das sind dann die, die wirklich auf dem Bau genutzt werden oder auch auf Kinderspielplätzen. Wenn da irgendwelche Kindergeräte stehen und sie runterfallen sollten, dass sie sich halt nicht verletzen, beziehungsweise dass sie leichter oder gedämpfter fallen, sagen wir mal so. Und diese sind also preislich erheblich billiger als die ganzen Pferdematten, die halt wieder angeboten werden, wie immer. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass also die Matten für Pferde wirklich auch sehr gut durchdacht sind. Da gibt es ja diese Puzzledinge. Also ist schon ein tolles System, aber wie gesagt, ziemlich teuer. Im Leinstroh nicht gerade so die günstigste Einstreu. Wir brauchen ja wirklich schon einige Pakete im Monat. Im Gegensatz halt die teuren Matten. Also das müsste man sich dann wirklich mal ausrechnen. Ob es finanziell vielleicht ein Vorteil ist, keine Ahnung. Und natürlich auch, wie der Wohlfühlfaktor dann hier wäre. Ob sich die Pferde jetzt wirklich lieber auf so eine Matte legen oder lieber ins Einstreu. Die andere Seite haben wir ja mit unseren Heuhackschnitzeln jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Pferde eigentlich am liebsten draußen schlafen und hier den Stall eigentlich nur noch als Toilette nutzen. Was ich eigentlich auch noch sehr positiv an diesen Matten fand, ist, dass die Verletzungsgefahr also wirklich minimiert wird. Wir haben also seitdem Neisha hier ist schon manchmal ein bisschen Unruhe. Sie probiert halt immer die Älteren so ein bisschen aufzumischen. Und gerade hier an so Engstellen wie der Eingang hier vom Stall wird dann manchmal schon sehr, sehr eng. Das heißt also, wir hatten hier auch schon den Fall, wenn sie also richtig hier gejagt wurden, dass sie hier natürlich auf dem blanken Beton ausrutschen. Und das hätte man dann eigentlich mit so einer Matte auch sehr gut im Griff. Ich wollte das Ganze jetzt einfach nur mal antesten, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Weil ich hatte also wirklich die größten Bedenken dabei, dass also Betonboden und Matten eigentlich nicht so gut zusammenpassen. Das hat natürlich den Hintergrund, eine Matte saugt nicht. Und das heißt, wenn die hier hin pieseln, bleibt das Ganze natürlich unter der Matte liegen. Und fängt irgendwann schrecklich an zu stinken. Ne, Pitschi? Und komischerweise ist es ja immer so, umso gemütlicher man den Stall macht, umso gerne gehen sie dort auf die Toilette. Also ich habe mir jetzt hier zum Testen mal eine Bautenschutzmatte in 10 Millimeter bestellt. Die gibt es auch 20 Millimeter und 30 Millimeter. Allerdings, dann braucht ihr fast einen Gabelstab, um die eben zu bewegen. Was aber toll ist, die gibt es also auch als Meterware auf der Rolle. Und die könnt ihr dann nicht im normalen Baumarkt, sondern die müsst ihr schon im Baufachhandel, könnt ihr die bestellen. Und wie gesagt, preislich also wirklich im Gegensatz zu den anderen ein Schnäppchen. Jetzt habe ich hier unsere Matte, wie gesagt, zum Test einfach mal hier an eine Stelle gelegt, die also sehr strapaziert ist, nämlich hier direkt an die Heu rauf. Und habe sie einfach mal zwei Monate liegen lassen, um zu sehen, was passiert. Und dafür, dass es jetzt nur eine 10 Millimeter ist, bin ich wirklich überrascht. Also sie liegt noch original so da, wie wir sie hingelegt haben. Also kann ein bisschen verrutscht. Und jetzt wollen wir mal drunter schauen, weil da habe ich ja dann wirklich den Schrecken bekommen. Also wenn man die jetzt hier hochhebt, sieht man also hier auch, das ist eigentlich wie der Halmbandteppich, dass sich der Schmutz dann immer darunter irgendwie sammelt. Und sie ist natürlich unten drunter komplett nass. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier richtig sieht. Also sie ist wirklich komplett durch und durch nass. Auf der Oberseite zwar trocken, aber unten, wie gesagt, sammelt sich Pipi und alles, was dann eben so da rumfleucht. Komischerweise stinkt es aber nicht. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Also ich denke einfach, dass also Matten am besten auf Lehm oder Naturboden funktionieren, so dass also Flüssigkeiten mehr oder weniger versickern können. Beton könnte vielleicht auch funktionieren, aber sie müssen dann wohl öfters mal gelüftet werden. Wie man das allerdings dann genau machen würde, wüsste ich jetzt gar nicht. Also wahrscheinlich zusammenrollen und den Untergrund dann irgendwie reinigen und sie wieder aufbringen. Da ist halt die Frage, ob der Aufwand das Ganze dann überhaupt rechtfertigt. Natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, ist beides. Die Matten drunter und das Einstreu halt nicht ganz so dick obendrauf. So, dass zumindest also alle Flüssigkeiten irgendwo gebunden werden. Aber ob das jetzt effektiv ist, weiß ich nicht. Also es würde auf jeden Fall was bringen, verletzungsgefahrtechnisch. Und denke ich auch für die Gelenke, dass sie hier halt so ein bisschen weicher dann stehen würden. Weiß es aber nicht, ob das dann effektiv oder sinnvoll wäre. Also ich bin jetzt wirklich etwas hin und her gerissen und überlege, ob es jetzt Sinn macht, den ganzen Stall damit auszugleiten. Oder beziehungsweise eigentlich hier nur den vorderen Bereich und hinten zumindest so ein bisschen Gemütlichkeitseinstreu noch zu lassen. Also ich werde das mal weiter testen und vielleicht habt ihr Erfahrungen gemacht oder andere Erfahrungen gemacht bezüglich Boden und so weiter. Und das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also bin ich sehr gespannt drauf, wie das bei euch eventuell funktioniert. Also ihr wisst ja Bescheid, jetzt kommt wieder der Abspann. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich riesig für ein Like freuen. Noch mehr freue ich mich über ein Abo auf YouTube und so weiß ich doch dann zumindest, dass meine Videos euch gefallen haben. Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Video.